Sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und natürlich auch draußen im Netz, liebe CDU, liebe Freie Wähler, man kann sich natürlich auch die Argumente zusammenklauben, wenn man schon keine mehr hat. Ich möchte auf einen Punkt kurz eingehen, bevor ich meine eigentliche Rede halte. Das heißt, es wurde mehrfach gesagt, wir hätten Risiken, wenn die Kommune das macht. Und dann wird so getan, als hätten wir denn keine Risiken, wenn wir das Haus verkaufen. Es gibt unzählige größere Projekte, Grundstücke oder Liegenschaften, die verkauft wurden, wo dann entweder die großen Versprechungen vom Investor nicht gekommen sind oder der Investor pleite gegangen ist und man musste den ganzen Schlamassel paar Tage oder paar Monate oder paar Jahre später wieder aufräumen. Oder aber, wo es dann geheißen hat, ach nee, das, was ich mir vorgestellt habe, geht nicht, ich mache jetzt doch was anderes draus. So, und schließlich gibt es auch viele Investoren, die kaufen einfach etwas, um das liegen zu lassen, damit die Preise steigen. Mehr will ich zudem nicht sagen. Ich möchte in meiner eigentlichen Rede darauf eingehen, dass das Sachsenbad eine unglaubliche Unterstützung nicht nur in Pieschen, sondern in ganz Dresden hat. Das Sachsenbad hat vor einigen Jahren als Erste oder Zweite, auf jeden Fall, es hat neue Maßstäbe gesetzt beim Petitionenunterschriften sammeln. 3.000 Unterschriften damals für Wasser in das Sachsenbad, das ist damals nicht normal gewesen. Das war wirklich phänomenal. Und das hat dann dazu geführt, dass der Stadtrat sich zumindest damit beschäftigt hat und das hat dazu geführt, dass wir jetzt hier diese Stadtratssitzung haben. Zwischendrin letztes Jahr, ich will mal was sagen zum Bürgerforum, Herr Böhm, das Bürgerforum, es hat es nicht leicht gehabt. 3.000 Unterschriften wurden gesammelt, wieder ungefähr 3.000 Unterschriften in Corona-Zeiten. Das Bürgerforum musste verlegt werden. Es gab lange Zeit keinen festen Termin, da konnte man nicht für mobilisieren. Die Stesat-Studie war, das Bürgerforum fand einen Montag statt, die war am Freitag noch nicht öffentlich. Die Leute konnten sich das nicht angucken. Und schlussendlich ist es in der Messe gewesen. Die Messe, wenn man jetzt daran denkt, von Pieschen aus ist zwar Luftlinie, nur drei Steinwürfe weg, aber man kommt halt wirklich sehr schlecht hin. Und wenn dann natürlich Generationen, das Sachsenbad ist ein Generationending, wenn dann natürlich in Corona-Zeiten 60-, 70-, 80-Jährige sich vielleicht denken, es ist nicht die beste Idee, in die Messe zu gehen, dann muss man das, glaube ich, nachvollziehen. Gleichwohl hat das Bürgerforum ein mehr als eindeutiges Votum abgegeben. Das Bürgerforum hat gesagt, bei einer Gegenstimme erstens nicht verkaufen, nicht verkaufen. Zweitens Sachsenbad wieder ganz machen als Gesundheitsbad, weil das schnell geht. So, das kann man in zwei, drei Jahren machen, da braucht man keinen B-Plan für. Da muss die Finanzierung stehen, das Konzept, aber dann geht das los. Und drittens, man wünscht sich dann gerne mit Synergieeffekten eine Schwimmhalle nördlich davon. So, das ist aber eher so Zukunftsmusik. So, und man kann sich jetzt, liebe CDU, liebe FDP, man kann sich jetzt natürlich irgendwie hinstellen und wirklich den Bürgerwillen, der da artikuliert wurde. Übrigens, die Bürgerinitiative, die waren ja mit drei, vier Leuten da. Die restlichen Leute sind aus freien Stücken gekommen. Die waren überhaupt nicht angebunden. Herr Engel wird das bestätigen. Im Gegenteil, die Variante, die gewonnen hat, war gar nicht die Vorzugsvariante der Bürgerinitiative gewesen. Also man kann sich nicht hinstellen und sagen, oder man kann jetzt diesem Bürgerwillen wirklich ins Gesicht springen oder links und rechts ein paar klatschen und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, Mist draufwerfen. Das kann man machen, wenn man dann, liebe CDU, vielleicht in den Piischen dann den zweiten Wahlkreis haben will, wo es keinen Stadtrat mehr gibt von der CDU. Ja, also das ist doch wirklich unfassbar. Wie kann man nur so dem Bürgerwillen ins Gesicht springen? Und schlussendlich, der Stadtbezirksbeirat, Frau Becker hat es schon vorgelesen, der Stadtbezirksbeirat hat beschlossen zu dem Bürgerforum. Und es wurde eingebracht durch einen namensgleichen Stadtbezirksbeirat wie Veit Böhm. Und der Stadtbezirksbeirat hat 13 zu 2 zu 3, also zwei Gegenstimmen, drei Enthaltungen, 13, das ist das volle politische Spektrum, möchte ich mal sagen, hat gesagt, der Stadtbezirksbeirat Piischen erkennt das Votum des Bürgerforums an, fordert dem Bürgerwillen im Sinne von Szenario zu folgen und das Sachsenbad im städtischen Eigentum zu belassen. Und jetzt wollen wir heute Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 einfach mal so wegschieben. Das kann man machen, wenn man es will, aber ich kann das nicht verstehen. Und schlussendlich, ich bin fast durch, ich persönlich werde natürlich dem Antrag der Linken mit glühendem Herzen folgen, weil das ist das, wo dann wirklich Wasser in das Sachsenbad kommt. Und sollte es heute nicht so sein, werde ich weiter dafür eintreten. Vielleicht ist der Investor ja pleite in zwei Jahren, keine Ahnung. Dankeschön. In aller Form und mit vollstem Herzen bei Veit Böhm entschuldigen. Es war natürlich nicht ein namensgleicher Mensch, der im Stadtbezirksbeirat dieses Votum eingebracht hat. Das habe ich so falsch gesehen, mir in der Maske an und ich saß in der anderen Ecke des Raumes. Also tut mir echt leid und das ist nicht meine Art, das war nicht meine Absicht. Ich hatte es mir so gemerkt, aber sowas kommt vor und ich entschuldige mich hiermit. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann.